Hallo Menschen, willkommen zurück zu Let's Play Doom 3. In den letzten drei Folgen musste ich extra aufnehmen, also Sprachaufzeichnung, denn ich hab's ja schon gesagt und es läckt grad irgendwie tierisch. Wegen, ja, die Sprachdatei hat's nicht aufgenommen. Wir haben das letzte Mal hier aufgehört, in diesem komischen Gebiet, wo alles voller Spinnenweben ist, hängende Menschen. Hm, tja, also ich weiß jetzt nicht, was hier noch so abgeht. Sagen wir's mal, wie die Bayern, wie die aus Bayern, schauen wir mal. Was? Wow, nee, oder? Es gibt doch Spinnen. Wieso Spinnen? Wieso ausgerechnet Spinnen? Ich will keine Spinnen. Schöne Scheiße. Nachladen. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine kommt. Oh Gott. Hallo? Leg? Leg? Was soll der Legrotz? Hm. Was? Spinnen. Ah, bin ich erschrocken. Ich hasse Spinnen. Oh, ich brauch mir Feuerkraft schnell. Boah. Na toll. Schöne Kacke. Ja. Bisschen blöd und episch, ich weiß. Aber, na ja. Wie viele Viecher kommt da noch? War's das? Scheint so. Oh, Gott, nein, Spinnen. Alles andere wäre mir recht gewesen, aber bitte keine Spinnen. Ich mag Spinnen einfach nicht. Nein. Oh, nein, da war doch gerade das verdammte Viech. Volltreffer. Boah, sorry, dass ich gerade ein bisschen leise aufnehme, beziehungsweise meine Stimme etwas leise senke. Beziehungsweise, dass ich so leise spreche. Aber, bei mir ist voll Haus. Ich kann nicht den Rohr wirklich aufnehmen. Wie ich es mir gerade eben dachte. Und wir haben es geschafft. Ich hätte es geschafft. So, Leute, wir sind wieder zurück. Wir haben Alpha Lab 2 erfolgreich überstanden. Ja, es tut mir leid für diesen kleinen Schnitt, aber es gibt natürlich wie immer die ein oder andere... Was zum... Weg mit dir. Oh, was zum... Komplikationen... Deswegen nehme ich nur noch am Wochenende auf. Und es gleich sechs bis sieben Folgen. Beziehungsweise sieben Folgen. Und lade sie dann jeden Tag eine hoch. Aber jetzt wollte ich einmal aufnehmen. Und was ist? Nein! 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 Dass man nicht einmal seine Ruhe haben kann. Das war ja sowas von klar. So, oh, Clips. Ich glaube, dann bleibe ich doch gerade mal hier. Bei der Waffe. Wo lang? Ja, ich schaue es mal gerade aus. Ich habe ein mieses Gefühl. Hm, erst mal das PDA einsammeln. Was sagt die Uhrzeit? Ja, kommen noch zwei Minuten. Drei Minuten, alle höchstens. Ja, Employees. Ja, interessiert mich nicht. Won't be in today. Nein, hier gibt es nichts. Mr. Lamin. Nein, auch nichts. Gibt es hier irgendwie Code, wo ich mir merken muss? Nein, auch nicht. Und hier. Hm. Auch nicht. Boah. Schön. Was zum... Nein. Nein. Woher kommen die Viecher auf einmal? Das ist nicht mehr normal. Eins, zwei, drei. Okay. Drei bis vier Schüsse. Dann sind die Viecher weg. Also es eignet sich schon mal sehr gut. Ich bleibe hier drin. Boah, mir wird das zu blöd. Schauen wir noch einmal. PDA. Na okay. Energie, Rüstung sieht noch soweit gut aus. Was sagt die Uhr? Ja, ich denke mal. Noch eine Minute kann ich ja wohl aufnehmen. Ja. Oder ne, komm. Ich werde jetzt schon aufhören. Leute, ich werde hier Pause machen. Schnitt machen. Oder was heißt Schnitt machen? Ich werde hier aufmachen, pausieren. Wir sehen uns dann morgen wieder, wie wir hier weiterkommen. Bis dahin. Tschö, mitö. Tschö. Tschö.